Hey, hier ist Max von Max Epson. Heute spiele ich wieder Clash Royale und ich würde sagen, wir kämpfen einfach direkt los. Und ich habe versucht, also ich werde jetzt hier versuchen, einmal ein bisschen besser zu spielen, irgendwie, weil in den letzten Parts war das irgendwie, naja, ne? So, na, na. Mehr oder weniger gut. Okay, der macht nichts. Bist du macht er nichts? Ich will nicht meine Alexi-Leiste vollhauen, deswegen muss ich jetzt irgendwas setzen, jetzt habe ich einfach den gesetzt. Okay, machen wir das so, dass wir jetzt einfach mal den... ...vom mal platzieren. Und am besten... Ah, die Verküro, perfekt. Ich habe meine Verküro übrigens jetzt gerade eben ins Deck reingepackt. Das heißt, ich habe mein Deck noch ein wenig verändert, aber halt auch nur so ein bisschen, ganz kleines bisschen. Jetzt hoffen wir mal darauf, dass ich den Tower da rechts wegbekomme, weil... Oh Gott. Was ist der jetzt? Oh, scheiße. Ich werde auch noch nichts dagegen zu setzen, aus dem Ritter. Ist auch nicht so geil jetzt für mich, weil mein Tower jetzt eigentlich so gut wie weg ist, weil der Prinz jetzt auf den Tower geht. Oh Gott, warum hab ich so viel Damage gemacht bei ihm? Oh Gott, das kam jetzt unerwartet. Irgendwie der Damage, aber naja, okay. Ich meine, warum nicht? Ich nehme gerne ein bisschen Damage mit. Jetzt darf ich aber mich nicht zu viel auf die Offensive konzentrieren, weil ich verkack halt immer das Beteiligen. Das ist so mein schlammer Problem, was ich so habe irgendwie bei dem Spiel. Ähm, das heißt, vielleicht... Wird er denn noch? Loll. Loll. Oh, geil. Erster Kampf, erster Sieg, das ist schön. Das ist gut. Kam jetzt ziemlich unerwartet, finde ich. Aber, naja, wieso nicht? Ich meine, wenn ich gewinne, gewinne ich dann halt. Okay, direkt in den nächsten Kampf. Vielleicht schaffen wir das ja... Oh Gott, die Sonne scheint hier so rein. Es ist auch so warm hier irgendwie. Ich meine, es ist jetzt Anfang März, aber trotzdem... Oh Gott, was war der denn da direkt? So, okay. Ja, was? Wieso ist mein Package... Äh, der Ding ist fast tot schon. Okay. Hm, schade. Aber dafür hab ich's am Tower... Oh Gott, ich will ja sehen, wie viel Schaden die haben im Tower gemacht. Okay, jetzt ein bisschen. Immerhin ein bisschen Schaden. Ähm, ja, dafür ist er fast weg. Das ist das schon mal gut. Schon gut. Ist er eher ein Koboldfesschen hier gesetzt? Fesschen alleine. Koboldfass. Eigentlich hat er dann sozusagen dieselben Truppen, die ich auch irgendwie hab. So ähnlich jedenfalls. Naja. Auf jeden Fall, irgendwie ist es hier übel zu haben, weil... Ich muss ja extra so ein bisschen nach hinten gehen im Video, weil... Wenn du hier vorne spielst, kommt das hier übelst reinge... Schein. Reingeschienen. Reingeleuchtet. Wird hier übelst reingeleuchtet. Ja, also ich hoffe, man versteht mich auch richtig gut hier. Weil das Mikrofon ist hier schon so... Oh. Sodass es fast kippt. Aber naja. Äh, ich hoffe jetzt mal... Nein. Doch. Super. Okay, gut. Aber ich experimentiere momentan ein bisschen mit dem Mikrofon rum. Ähm. Nein. Na egal. Der eine Tower macht es, glaube ich, jetzt auch nicht. Oh Gott, das hat... Nein. Ich mag die Dinger nicht. Die sind stressig, diese Ballons. Die machen einfach übelst viel Damage. Und... Naja, okay. Das ging jetzt. Sind wir habe ich vorher noch wegbekommen. Das ist schon mal schön und gut. Das ist gut. So. Hauen wir mal die Bahnen da rein. Wir haben... Oh, nee. Okay. Ich habe die Dinger gesetzt. Aber vielleicht kriege ich so einen Tower weg. Wäre ganz cool. Und, 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 und. Ja, der ist, der ist, der ist. Super. Nice. Jetzt haben wir den zweiten Kampf auch gewonnen. Das ist schön. Das ist gut. Okay, jetzt haben wir 9 von 10 Trophäen, meine ich. Wohne, meine ich. Oder? Ja, 9 von 10. Das heißt, wir machen jetzt einfach noch einen Kampf. Ich habe 1340 Pokale. Das heißt, mir fehlen nur 60, bis ich in der Arena 5 bin. Das ist gut. Dann habe ich es auch mal nach endlich ewig, na, ewig lang Zeit auch mal irgendwie geschafft, in der Arena hochzukommen. Ach nee, jetzt, das Ding macht Damage. Ich dachte gerade, das wäre so wie der Riese, aber ist er gar nicht. Der läuft, der verteidigt ja auch mit. Ich will den möglichst schnell wegbekommen, weil der, diese Riesenbombe, die der da setzt, die macht Damage. Und das nicht wenig. Sondern viel. Oh Gott, das ist echt heftig viel. Naja. Zum Glück hat er nicht. Oh man, wieso, wieso machen alle irgendwas mit dem Ballon? Hä, das, fuck, hat mich gerade halt echt. Irgendwie gefühlt, jeder hat diesen Ballon in seinem Deck und macht damit heftig Damage. Naja, okay. Vielleicht kriege ich sein Tor, ja. Vielleicht. Vielleicht. Theoretisch. Ich sehe das halt jetzt nicht wie Kobold was. Einen Schlag oder so noch, oder? Ja, komm. Bitte nicht, bitte, bitte, bitte. Als ob, als ob der nur 76, 76, 76, 76 Leben hätte. Hä? Ich weiß nicht, wer ist, nein. Oh, bruh. Äh. Sehr gut. Jetzt, Ritter, lauf weg. Lauf, lauf, lauf. Okay, sind eigentlich alle fast tot. Tot, tot. Tot. Nein, nicht, nein, Internet. Come back. Wie ist das eigentlich Internet weg, wenn ich überladen spiele? Ach, dem kann ich nicht. Naja. Gut. Okay, äh, Kobold was mehr gesetzt und das, die Hexte tot, Hexte tot, Hexte tot. Ah, schade, Prinz ist auch tot. Ist traurig. So, jetzt werden wir auch mal ein Bombo hier hin. Ah, nee, 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 nächster. Ja, der geht jetzt nicht um den Tower. Bitte, Ballang, sterb. Stirb Ballang, los. Jetzt stirb Ballang, okay. Ich werde einfach nur seinen Tower nochmal bekommen. Please, please, bitte. Ja, guck auf ihn, einen Tower, den er mir jetzt vielleicht noch holt. Ich will seinen Tower. Jetzt und sofort. Also auf die Stelle und dann wären das vier Matches, die ich, vier alleine, vier Matches, die ich insgesamt gewonnen hätte. Komm. Oh, danke. Irgendwie letzte Sekunde oder so war. Also waren nur noch ein paar Sekunden da, aber immerhin, das ist jetzt der vierte Kampf, den ich gewonnen habe. Oder dritte? Ne, dritte. Das ist da war ich hier eigentlich. Der dritte Kampf. Und wir können uns unsere Truhlen, äh, Kronentruhe holen. Das heißt, wir haben Gold. Wir wählen. Tesla. Da feine Horde, Bobolde und Walküre. So, jetzt wäre das theoretisch der... Okay, da ist 370. Könnte ich das jetzt schon schaffen? Mit einem Kampf noch? Okay. Nein, Internet. Nein. Es backt. Rum. Hä? Was ist das? Nein. Also, das ist jetzt... Nein. Hä? Was ist das? Sieht man das in der Aufnahme? Ja, sieht man. Hä? Hä? Sounds sind noch, ne? Oh Gott, die Sonne, Alter. Was ist da los? Hä? Aber was ist das hier? Hä? Als ob das jetzt irgendwie abkratzen würde oder so. In der Ernsthaft? Och, Mann. Ja, dann würde ich jetzt sagen, war es das dann von dem Video. Aber warum? Warum stürzt es hier jetzt... Es stürzt ja nicht ab. Liegt das am Spiel, oder? Ich habe gewonnen. Nein, habe ich nicht. Hä? Das backt am Spiel rum. Lol. Aber... Ich würde sagen, ich warte jetzt hier einfach nochmal kurz ein bisschen vielleicht. Und... Ja, dann war es das jetzt an dieser Stelle von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, hat es auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin. Ciao. So, das war es vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Und hier unten seht ihr ein rundes Logo. Mein Logo. Und da könnt ihr draufklicken. Und da kommt ihr zu meinem Kanal. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir verpasst. Hier links und rechts seht ihr zwei weitere Videos von mir. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, klickt einfach mal drauf. Und dann viel Spaß dabei. Und dann, ja, würde ich sagen, bis dahin. Ciao.